Mutiges Miteinander, mit dem Landkreis und unseren Nachbarkommunen zusammenarbeiten. Mich verbindet manches zum Beispiel mit Peter Bärek. Dankeschön. Gemeinsam haben wir, dass wir beide jeder mal als Geschäftsleiter einer Kommunalverwaltung gearbeitet haben und daher alle Facetten der Kommune kennenlernen durften. Peter Bärek ist dadurch top versiert. Ich glaube, er ist der richtige Mann für uns im Landratsamt und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis. Wir haben gemeinsam schon einige sehr gute Gespräche geführt und wir sind uns einig, glaube ich, dass wir gemeinsam sehr viel sehr Gutes auf den Weg bringen können für die Stadt und für die Region. Mutiges Miteinander, mich verbindet auch manches mit unserem Margritwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel. Er bringt enorm wichtige und gute berufliche Erfahrungen in sein Amt als Oberbürgermeister ein. Er war Wirtschaftsförderer in Selb und Leiter der Entwicklungsagentur im Landratsamt. Er weiß, worauf es ankommt und schaut mal hin, wo Markt Rittwitz heute steht. Und diese Erfahrungen als Wirtschaftsförderer, das ist ja der Job, den ich in Weiden mache, die würde ich nun auch jetzt gerne für Wunsiedel und für unsere Bürgerinnen und Bürger einbringen. Und das ist ja der Job, den ich in Weiden mache, das ist ja der Job, den ich in Weiden mache,